Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 50 Nummer 50 Wir unterhalten uns über den neuesten Film im Kino. Wir unterhalten uns über den neuesten Film im Kino. Nous parlons du dernier film sorti au cinéma. Am Dienstag gehe ich mit meinem Hund zum Welpentraining. Am Dienstag gehe ich mit meinem Hund zum Welpentraining. Am Dienstag gehe ich mit meinem Hund zum Welpentraining. Mardi, je vais à l'entraînement des chiots avec mon chien. Ich traue dieser Brücke nicht. Ich traue dieser Brücke nicht. Je n'ai pas confiance en ce pont. Ich trinke den grünen Saft mit einem Strohhalm. Ich trinke den grünen Saft mit einem Strohhalm. Je bois le jus vert avec une paille. Morgens mache ich zu Hause Yoga. Morgens mache ich zu Hause Yoga. Morgens mache ich zu Hause Yoga. Le matin, je fais du Yoga à la maison. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich sehe ihn immer noch nicht. Je ne le vois toujours pas. Ich bestelle das jetzt mit dem Handy. Ich bestelle das jetzt mit dem Handy. Je commande maintenant avec mon téléphone portable. Komm ins Wasser. Es ist ganz warm. Viens dans l'eau. C'est très chaud. Willst du auch schaukeln? Willst du auch schaukeln? Toi aussi tu veux swinger? Mein Großvater benutzt eine Krücke. Mein Großvater benutzt eine Krücke. Mein Großvater benutzt eine Krücke. Ich muss über die Situation nachdenken. Ich muss über die Situation nachdenken. Ich muss über die Situation nachdenken. Ich glaube, der Hut ist mir zu groß. 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 Es ist Patrick, der dort über die Straße läuft. Ist das Patrick, der dort über die Straße läuft? C'est Patrick qui traverse la rue là-bas? Jetzt geht es steil nach oben. Jetzt geht es steil nach oben. Jetzt geht es steil nach oben. Maintenant, la Panthérede. Wir arbeiten gemeinsam in einem Büro. Wir arbeiten gemeinsam in einem Büro. Nous travaillons ensemble dans un bureau. Die Hühner versammeln sich um Joseph. Die Hühner versammeln sich um Joseph. Les poules se rassemblent autour de Joseph. Wo ist mein Tennispartner? Wo ist mein Tennispartner? Wo ist mein Tennispartner? Wo ist mein Tennispartner? Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Je crois que quelqu'un arrive. Ich kann die Notizen nicht erkennen. Ich kann die Notizen nicht erkennen. Ich kann die Notizen nicht erkennen. Je ne peux pas voir les notes. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich gehe nur dorthin, wenn du mitkommst. Ich gehe nur dorthin, wenn du mitkommst. Ich gehe nur dorthin, wenn du mitkommst. Die Vase ist voller schöner Tulpen. Die Vase ist voller schöner Tulpen. Le vase est plein de belles Tulipes. Passt noch etwas in den Kühlschrank hinein? Passt noch etwas in den Kühlschrank hinein? Le refrigerateur peut-il contenir quelque chose d'autre? Ich sitze auf dem Rücken meines Pferdes. Ich sitze auf dem Rücken meines Pferdes. Ich sitze auf dem Rücken meines Pferdes. Je suis assis sur le dos de mon Cheval. Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Ich habe ein neues Tattoo auf meinem linken Oberarm. Ich habe ein neues Tattoo auf meinem linken Oberarm. Ich habe ein neues Tattoo auf meinem linken Oberarm. J'ai un nouveau Tatouage sur le haut du bras gauche. Hilfst du mir, die Holzeisenbahn aufzubauen? Hilfst du mir, die Holzeisenbahn aufzubauen? Hilfst du mir, die Holzeisenbahn aufzubauen? Tu m'aides à monter le train en bois? Die Blumen sind für dich. Die Blumen sind für dich. Les Fleurs sont pour toi. Mein Hund muss unbedingt Gewicht abnehmen. 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 Ich habe mir den Termin notiert. Ich habe mir den Termin notiert. Ich habe mir den Termin notiert. J'ai noté la date. Der Rucksack ist mir zu schwer. Der Rucksack ist mir zu schwer. Le sac à dos est trop lourd pour moi. Ich bin Reporterin. Ich schicke die Fotos an meinen Verlag. Ich bin Reporterin. Ich schicke die Fotos an meinen Verlag. Ich bin Reporterin. Ich schicke die Fotos an meinen Verlag. Je suis Journaliste. J'envoie les photos à ma maison d'édition. Ich möchte dir diese Blumen schenken. Ich möchte dir diese Blumen schenken. Ich möchte dir diese Blumen schenken. Je veux t'offrir ces fleurs. Ich habe Bücher per Post bestellt. Ich habe Bücher per Post bestellt. Ich habe Bücher per Post bestellt. J'ai commandé des livres par courrier. Meine Hände sind ganz sauber. Meine Hände sind ganz sauber. Meine Hände sind ganz sauber. Mes mains sont toutes propres. Gurkenscheiben auf den Augen sollen helfen. Des rondelles de concombre sur les yeux sont censé aider. Ich habe das nicht getan. Ich habe das nicht getan. Ich habe das nicht getan. Je n'ai pas fait ça. Kann ich bitte noch etwas Orangensaft haben? Kann ich bitte noch etwas Orangensaft haben? Je peux avoir du jus d'orange, s'il te plaît? Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Les vacances en caravane nous rendent tous heureux. Heute kannst du nicht in die Schule gehen. Dein Fieber ist zu hoch. Heute kannst du nicht in die Schule gehen. Dein Fieber ist zu hoch. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller à l'école. Ta Fieber est trop élevé. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Ensemble, nous sommes forts. Ich soll nicht über Zäune klettern. Ich soll nicht über Zäune klettern. Ich soll nicht über Zäune klettern. Je ne dois pas escalader les Clôtures. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Dürfen wir die ganze Wand mit Kreide bemalen? Dürfen wir die ganze Wand mit Kreide bemalen? Peut-on peindre tout le mur à la craie? Lass uns durch den Sand rennen. Lass uns durch den Sand rennen. Lass uns durch den Sand rennen. Courons dans le sable. Du warst aber lange nicht hier. Was kann ich für dich tun? Du warst aber lange nicht hier. Was kann ich für dich tun? Du warst aber lange nicht hier. Was kann ich für dich tun? Mais tu n'es pas venu depuis longtemps. Que puis-je faire pour toi? Öffne bitte deinen Mund ganz weit. Öffne bitte deinen Mund ganz weit. Öffne bitte deinen Mund ganz weit. Ouvre grand la bouche, s'il te plaît. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. J'ai trouvé l'armoire jaune dans un magasin d'antiquité. Hast du schon einmal einen Seestern gesehen? Hast du schon einmal einen Seestern gesehen? Hast du déjà vu une étoile de mer? Jedes Jahr besuche ich im Urlaub eine andere europäische Hauptstadt. Jedes Jahr besuche ich im Urlaub eine andere europäische Hauptstadt. Jedes Jahr besuche ich im Urlaub eine andere europäische Hauptstadt. Möchtest du dich heute Abend mit mir treffen? Möchtest du dich heute Abend mit mir treffen? Möchtest du dich heute Abend mit mir treffen? Tu veux qu'on se voit ce soir? In zwei Stunden treffe ich mich mit Maria. In zwei Stunden treffe ich mich mit Maria. Hallo Jan, ich werde mich leider 30 Minuten verspäten. Hallo Jan, ich werde mich leider 30 Minuten verspäten. Hallo Jan, ich werde mich leider 30 Minuten verspäten. Bonjour Jean, je vais malheureusement être en retard de 30 minutes. Ich habe mir meine Haare beim Friseur färben lassen. Je me suis fait teindre les cheveux chez le coiffeur. Pass auf, dass du nicht von der Schaukel fällst. Pass auf, dass du nicht von der Schaukel fällst. Attention à ne pas tomber de la balançoire. Hier ist es viel besser als in meinem Heimatdorf. Hier ist es viel besser als in meinem Heimatdorf. Hier ist es viel besser als in meinem Heimatdorf. Hier ist es besser als in meinem Heimatdorf. Du darfst dir gerne ein Osterei nehmen. Du darfst dir gerne ein Osterei nehmen. Du kannst ein Oeufs von Pâques nehmen, wenn du willst. Mein Skateboard habe ich immer dabei. J'ai toujours mon Skateboard avec moi. Jens kommt, um mit uns zu spielen. Jens vient jouer avec nous. Mein Vater hat immer auf diesem Stuhl gesessen. Mon père s'asseillait toujours sur cette chaise. Ich laufe gerne durch die Pfützen. Ich laufe gerne durch die Pfützen. Ich laufe gerne durch die Pfützen. J'aime marcher dans les Flaques. Je m'installe confortablement avec un ver de vin sur le rebord de la fenêtre. Du kannst meinen gelben Schrank für 500 Euro kaufen. Du kannst meinen gelben Schrank für 500 Euro kaufen. Du kannst meinen gelben Schrank für 500 Euro kaufen. Tu peux acheter mon armoire jeune pour 500 Euro. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. J'arrive. Je dois juste fixer une visse. Wir surfen, bis die Sonne untergeht. Wir surfen, bis die Sonne untergeht. Wir surfen, bis die Sonne untergeht. Nous surfons jusqu'au coucher du soleil. Halte dich gut an den Griffen fest. Halte dich gut an den Griffen fest. Accroche-toi bien au poignet. Ich beobachte alles, was im Wald passiert. Ich beobachte alles, was im Wald passiert. J'observe tout ce qui se passe dans la forêt. Auch im Nebel kann man schöne Fotos machen. Même dans le brouillard, il est possible de faire de belles photos. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Je suis prêt pour la pluie. Von hier aus hat man eine wunderschöne Aussicht. De là, on a une vue magnifique. Ich helfe meiner Mutter beim Fensterputzen. Ich helfe meiner Mutter beim Fensterputzen. Ich helfe meiner Mutter beim Fensterputzen. Je aide ma mère à laver les fenêtres. Dieses Ei schenke ich meinem Bruder. Dieses Ei schenke ich meinem Bruder. Dieses Ei schenke ich meinem Bruder. Je donne cet oeuf à mon frère. Unsere Hüte haben wir zusammen in Köln gekauft. Unsere Hüte haben wir zusammen in Köln gekauft. Unsere Hüte haben wir zusammen in Köln gekauft. Nous avons acheté nos chapeaux ensemble à Cologne. Ich habe schon einmal beim Schachspielen gewonnen. Ich habe schon einmal beim Schachspielen gewonnen. Ich habe schon einmal beim Schachspielen gewonnen. J'ai déjà gagné une fois aux échecs. Du kannst bei mir handgefertigte Keramik kaufen. Du kannst bei mir handgefertigte Keramik kaufen. Du kannst bei mir handgefertigte Keramik kaufen. Der Hund trägt eine Brille. Der Hund trägt eine Brille. Le chien porte des Lunettes. Ich schreibe dich für eine Woche krank. Je te mets en arrêt maladie pour une semaine. Was ist unter den Luftballons? Qui est-il sous les Ballons? Hat Arthur auch etwas ins Gästebuch geschrieben? Arthur a-t-il aussi écrit quelque chose dans le livre d'or? Theo hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Theo hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Theo m'a demandé de l'épouser. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Ces roses rouges poussent dans notre jardin. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. J'ouvre mon cadeau d'anniversaire. Was gibt es Neues zu sehen? Was gibt es Neues zu sehen? Was gibt es Neues zu sehen? Quoi de neuf? Die Pflanze wird jeden Tag ein wenig größer. Die Pflanze wird jeden Tag ein wenig größer. Die Pflanze wird jeden Tag ein wenig größer. La plante grandit un peu plus chaque jour. Jetzt ist endlich Weihnachten. Jetzt ist endlich Weihnachten. Jetzt ist endlich Weihnachten. C'est enfin Noël. Ich sitze gerne auf Mamas Schultern. Ich sitze gerne auf Mamas Schultern. Ich sitze gerne auf Mamas Schultern. J'aime m'asseoir sur les épaules de maman. Danke, dass du mir Pizza mitgebracht hast. Danke, dass du mir Pizza mitgebracht hast. Merci de m'avoir apporté de la pizza. Wir küssen unser Kind Wir sind das Team aus der Anwaltskanzlei am Bahnhof Wir sind das Team aus der Anwaltskanzlei am Bahnhof Wir sind gerade umgezogen, es gibt noch keine Möbel Wir sind gerade umgezogen, es gibt noch keine Möbel Wir sind gerade umgezogen, es gibt noch keine Möbel Heute habe ich mein Geschäft eröffnet Heute habe ich mein Geschäft eröffnet Aujourd'hui, j'ai ouvert mon magasin 50 Kunden kamen zur heutigen Eröffnung 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 50 clients sont venus à l'ouverture aujourd'hui Die Verkäufe im Onlineshop waren noch besser als im Geschäft Die Verkäufe im Online-Shop waren noch besser als im Geschäft. Die Verkäufe im Online-Shop waren noch besser als im Geschäft. Ich freue mich, dass der Umsatz bei dir so hoch war. Ich freue mich, dass der Umsatz bei dir so hoch war. Ich bin froh, dass der Umsatz bei dir so hoch war. Der Fotoapparat ist alt, er macht aber immer noch gute Bilder. Der Fotoapparat ist alt, er macht aber immer noch gute Bilder. Der Fotoapparat ist alt, er macht aber immer noch gute Bilder. Der Fotoapparat ist alt, er macht aber immer noch gute Bilder. Der Hund steht mitten auf der Brücke. Der Hund steht mitten auf der Brücke. Ich kann nichts sehen, ich kann nur riechen. Ich kann nichts sehen, ich kann nur riechen. Ich kann nichts sehen, ich kann nur riechen. Ich kebe dir Unterstützung beim Handstand. Ich gebe dir Unterstützung beim Handstand. Ich te soutien pour l'équilibre sur les mains. Damit können wir im Zirkus auftreten. Damit können wir im Zirkus auftreten. Damit können wir im Zirkus auftreten. Avec ça, on peut faire du cirque. Habt ihr die beiden Becher Kaffee bestellt? Habt ihr die beiden Becher Kaffee bestellt? Vous avez commandé les deux tasses de café? Ich biete Ihnen diesen Rotwein zum Essen an. Ich biete Ihnen diesen Rotwein zum Essen an. Je vous propose ce vin rouge pour le repas. Dank dieser Übungen habe ich 5 Kilo abgenommen. Dank dieser Übungen habe ich 5 Kilo abgenommen. Dank dieser Übungen habe ich 5 Kilo abgenommen. Grâce à ces exercices, j'ai perdu 5 Kilo. Der Weg zum Bahnhof ist länger als ich dachte. Der Weg zum Bahnhof ist länger als ich dachte. Der Weg zum Bahnhof ist länger als ich dachte. Le chemin jusqu'à la gare est plus long que je ne le pensais. Wie viele Eier hast du mitgebracht? Wie viele Eier hast du mitgebracht? Wie viele Eier hast du mitgebracht? Combien d'oeuf as tu apporté? Wir haben uns auf Ostern vorbereitet. Wir haben uns auf Ostern vorbereitet. Wir haben uns auf Ostern vorbereitet. Nous nous sommes préparés pour parc. La façade est peinte de couleur vive. Er schreibt, dass er morgen kommen wird. Er schreibt, dass er morgen kommen wird. Il écrit qu'il viendra demain. Unter dem Weihnachtsbaum liegen Geschenke. Unter dem Weihnachtsbaum liegen Geschenke. Unter dem Weihnachtsbaum liegen Geschenke. Il y a des cadeaux sous l'arbre de Noël. Bist du auch so gelenkig wie ich? Bist du auch so gelenkig wie ich? Et tu aussi souple que moi? Am Mittwoch gehe ich zum Friseur. Am Mittwoch gehe ich zum Friseur. Am Mittwoch gehe ich zum Friseur. Mercredi, je vais chez le coiffeur. Das ist der größte Sombrero, den ich finden konnte. Das ist der größte Sombrero, den ich finden konnte. Das ist der größte Sombrero, den ich finden konnte. C'est le plus grand Sombrero que j'ai pu trouver. Niemand merkt, dass ich heimlich unter der Bettdecke lese. Niemand merkt, dass ich heimlich unter der Bettdecke lese. Niemand merkt, dass ich heimlich unter der Bettdecke lese. Person ne remarque que je lis en cachette sous la couette. Ich trinke Tee aus kleinen Gläsern. Ich trinke Tee aus kleinen Gläsern. Ich trinke Tee aus kleinen Gläsern. Je bois du Tee dans des petits verres. Das Wasser sprudelt so schön. Das Wasser sprudelt so schön. Le jahillis si bien. Ich werde ganz nass. Ich werde ganz nass. Ich werde ganz nass. Je suis tout mouillé. Bald werde ich fast keine Haare mehr haben. Bald werde ich fast keine Haare mehr haben. Bientôt, je n'aurai presque plus de cheveux. Elena nimmt eine Spiegelkugel mit an den Strand. Elena nimmt eine Spiegelkugel mit an den Strand. Elena emporte une boule à facette sur la plage. Ava bereitet ihr Frühstück zu. Ava bereitet ihr Frühstück zu. Ava prépare son petit déjeuner. Unter der Fensterbank stehen drei weiße Hocker. Unter der Fensterbank stehen drei weiße Hocker. Unter der Fensterbank stehen drei weiße Hocker. Tres tabourets blancs sind placés sous le rebord de la fenêtre. In ihrer rechten Hand hält eine Frau vier Muscheln. In ihrer rechten Hand hält eine Frau vier Muscheln. In ihrer rechten Hand hält eine Frau vier Muscheln. Irène ist müde. Ihr Kopf ruht auf ihrem linken Arm. Irène ist müde. Ihr Kopf ruht auf ihrem linken Arm. Irène ist müde. Ihr Kopf ruht auf ihrem linken Arm. Irène ist fatigée. Sa tête repose sur son bras gauche. Lars montiert die Schienen für eine Holzeisenbahn zusammen. Lars montiert die Schienen für eine Holzeisenbahn zusammen. Lars assemble les rails d'un train en bois. Die Stadt hat diesen Park vor fünf Jahren angelegt. Die Stadt hat diesen Park vor fünf Jahren angelegt. Ich gebe viele verschiedene Zutaten in den Mixer. Ich gebe viele verschiedene Zutaten in den Mixer. Die Schaukel hängt zwischen zwei großen Palmen. Die Schaukel hängt zwischen zwei großen Palmen. Die Schaukel hängt zwischen zwei großen Palmen. Dies ist der erste Teddybär meiner neuen Teddybären Sammlung. Dies ist der erste Teddybär meiner neuen Teddybären Sammlung. Dies ist der erste Teddybär meiner neuen Teddybären Sammlung. C'est le premier ours en peluche de ma nouvelle collection d'ours en peluche. Ich habe Geschenke zum Valentinstag bekommen. J'ai reçu des cadeaux pour la Saint Valentin. Meine Oma hat mir die Kette zur Hochzeit geschenkt. Meine Oma hat mir die Kette zur Hochzeit geschenkt. Meine Oma hat mir die Kette zur Hochzeit geschenkt. Ma grand-mère m'a offert ce collier pour mon mariage. Das Buch handelt von Kürbissen und ihrer Zubereitung. Das Buch handelt von Kürbissen und ihrer Zubereitung. Das Buch handelt von Kürbissen und ihrer Zubereitung. Möchtest du gebratene Nudeln mit Spiegeleiern? 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 Letztes Jahr hat mir mein Mann eine Halskette geschenkt. Letztes Jahr hat mir mein Mann eine Halskette geschenkt. Letztes Jahr hat mir mein Mann eine Halskette geschenkt. L'année dernière, mon mari m'a offert un collier. Manchmal nerven mich die Hausaufgaben sehr. Manchmal nerven mich die Hausaufgaben sehr. Parfois, les devoirs m'énerven beaucoup. Ich habe einen vegetarischen Hamburger bestellt. Ich habe einen vegetarischen Hamburger bestellt. Ich habe einen vegetarischen Hamburger bestellt. J'ai commandé un Hamburger vegetarien. Dürfen wir die Bilder farbig ausmalen? Dürfen wir die Bilder farbig ausmalen? Pouvons-nous colorier les images? Wir fühlen uns wie im Gefängnis. Wir fühlen uns wie im Gefängnis. Nous avons l'impression d'être en prison. Hebe den Rock mit deiner linken Hand etwas an. Hebe den Rock mit deiner linken Hand etwas an. Soulève légèrement la jupe avec ta main gauche. Ich muss jeden Tag drei Tropfen davon für mein Gesicht nehmen. Ich muss jeden Tag drei Tropfen davon für mein Gesicht nehmen. Je dois en prendre trois Gouttes chaque jour pour mon visage. Der Kaktus steht in meinem Vorgarten. Der Kaktus steht in meinem Vorgarten. Der Kaktus steht in meinem Vorgarten. Ich lasse die Muscheln ins Glas fallen. Ich lasse die Muscheln ins Glas fallen. Ich habe die Prüfung bestanden. J'ai réussi l'examen. Die Pause tut mir gut. Die Pause tut mir gut. La Pause me fait du bien. Spielst du das nächste Spiel mit mir? Spielst du das nächste Spiel mit mir? Spielst du das nächste Spiel mit mir? Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Je vais chercher le repas dans le réfrigérateur. Die Maiskolben liegen auf dem Grill. Les épis de maïs sont sur le Grill. Ein Landwirt fährt mit einem Mähdrescher über das Feld. Ein Landwirt fährt mit einem Mähdrescher über das Feld. Un agriculteur traverse un champ avec une moissonneuse batteuse. Meine Schwester und ich füttern die Tauben im Park. Meine Schwester und ich füttern die Tauben im Park. Wir haben alles für das Abendessen mit unseren Freunden vorbereitet. Wir haben alles für das Abendessen mit unseren Freunden vorbereitet. Wir haben alles für das Abendessen mit unseren Freunden vorbereitet. Wir haben alles für das Abendessen mit unseren Freunden vorbereitet. Ich bin fertig angezogen. Ich warte nur noch auf dich. Ich bin fertig angezogen. Ich warte nur noch auf dich. J'ai fini de m'habiller. Je n'attends plus que toi. Die Frau lehnt an einer alten Holzleiter. Die Frau lehnt an einer alten Holzleiter. Die Frau lehnt an einer alten Holzleiter. La femme est appuyée contre une vieille échelle en bois. Jetzt passen die Details perfekt zusammen. Jetzt passen die Details perfekt zusammen. Jetzt passen die Details perfekt zusammen. Ich muss hier warten, bis mein Kollege fertig ist. Ich muss hier warten, bis mein Kollege fertig ist. Ich muss hier warten, bis mein Kollege fertig ist. Ich hätte nie gedacht, dass er mir etwas so wertvolles schenkt. Ich hätte nie gedacht, dass er mir etwas so wertvolles schenkt. Ich hätte nie gedacht, dass er mir etwas so wertvolles schenkt. Ich hätte nie gedacht, dass er mir etwas so wertvolles schenkt. Dies sind die letzten Kartoffelchips, die ich esse. Dies sind die letzten Kartoffelchips, die ich esse. Ce sont les dernières Chips que je mange. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich anziehen soll. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich anziehen soll. Je n'arrive pas à me décider sur la couleur rapportée. Ich rolle meine Kleidung zusammen und lege sie in den Korb. Ich rolle meine Kleidung zusammen und lege sie in den Korb. Je roule mes Vêtements et je les mets dans le panier. Ich pflücke die Blumen auf dem Feld. Ich pflücke die Blumen auf dem Feld. Je cueille les Fleurs dans les champs. Ich halte mich am Geländer fest. Ich halte mich am Geländer fest. Ich halte mich am Geländer fest. Je m'accroche à la rampe. Wir sehen uns eine Kindersendung im Fernsehen an. Wir sehen uns eine Kindersendung im Fernsehen an. Nous regardons une émission pour enfants à la télévision. Meine Fingernägel sind frisch lackiert. Meine Fingernägel sind frisch lackiert. Mes ongles viennent d'être vernis. Unser Team baut zunächst Fensterbänke und Fenster ein. Unser Team baut zunächst Fensterbänke und Fenster ein. Unser Team baut zunächst Fensterbänke und Fenster ein. Notre équipe commence par installer des rebords de fenêtres et des fenêtres. Es gibt heute grünen und weißen Spargel mit gebratenem Schinken. Es gibt heute grünen und weißen Spargel mit gebratenem Schinken. Aujourd'hui, il y a des Asperges vertes et blanches avec du Jambon grillé. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Je fête mon Anniversaire toute seule. Renate muss die Eier noch kochen und für Ostern färben. Renate muss die Eier noch kochen und für Ostern färben. Renate doit encore faire cuire les œufs et les colorer pour pack. Das Lied ist zu Ende. Ich lege die Gitarre auf den Boden. Das Lied ist zu Ende. Ich lege die Gitarre auf den Boden. La chanson est terminée. Je pose la guitare sur le sol. Ich möchte, dass mein Bart gepflegt aussieht. Je veux que ma barbe ait l'air soigné. Ramona pustet die Geburtstagskerzen aus. Ramona souffle les bougies d'anniversaire. Ich wurde zu einem großen Fest eingeladen. J'ai été invité à une grande fête. Ich frage mich, was heute passiert. Ich frage mich, was heute passiert. Je me demande ce qui se passe aujourd'hui. Ich habe die Pflanze eingetopft. Sie braucht mehr Wasser. Ich habe die Pflanze eingetopft. Sie braucht mehr Wasser. J'ai mis la plante en peau. Elle a besoin de plus d'eau. Die Gans sitzt auf einem Geländer. Die Gans sitzt auf einem Geländer. Loire est perché sur une balustrade. Ich esse Popcorn beim Fernsehen. Ich esse Popcorn beim Fernsehen. Je mange du Popcorn en regardant la télévision. Wir setzen uns auf die Stufen und warten darauf, dass uns jemand die Tür öffnet. Wir setzen uns auf die Stufen und warten darauf, dass uns jemand die Tür öffnet. Nous nous asseyons sur les marches et attendons que quelqu'un nous ouvre la porte. Wer von uns kann besser mit dem Handy umgehen? Lequel d'entre nous est le plus à l'aise avec son téléphone portable? Achtung! Achtung! Ich habe eine wichtige Nachricht. Attention! J'ai un message important. Ich habe keine Zeit zum Reden. Meine Mutter hat mich gerufen. Je n'ai pas le temps de parler. Ma mère m'a appelé. Der Tisch mit der weißen Tischdecke spiegelt sich im Fenster. Der Tisch mit der weißen Tischdecke spiegelt sich im Fenster. La table avec la nappe blanche se reflète dans la fenêtre. Die Kinder lesen im Dunkeln. Die Kinder lesen im Dunkeln. Die Kinder lesen im Dunkeln. Les enfants lissent dans le noir. Kannst du ein Ei mit einem Stift bemalen? Kannst du ein Ei mit einem Stift bemalen? Peux-tu peindre un œuf avec un stylo? Ich zeichne mit einem Bleistift. Ich zeichne mit einem Bleistift. Je dessine avec un crayon. Die Enten sitzen im Stroh. Die Enten sitzen im Stroh. Les Canards sont assis sur la paille. Die Frauen treffen sich zu einem indischen Hochzeitsritual. Die Frauen treffen sich zu einem indischen Hochzeitsritual. Die Frauen treffen sich zu einem indischen Hochzeitsritual. Les femmes se réunissent pour un rituel de mariage indien. Ich komme zu dir, wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin. Ich komme zu dir, wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin. Ich komme zu dir, wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin. Je viendrai te voir quand j'aurai fini mes Devoirs. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Je t'attendrai au Café du coin. Ich habe im Seminar nichts Neues gelernt. Je n'ai rien appris de nouveau au Seminaire. Ich kann ohne Hilfe essen. Ich mache das ganz alleine. Je peux manger sans aide. Je le fais tout seul. Ich kann nur mit einer Schlafmaske schlafen. Ich kann nur mit einer Schlafmaske schlafen. Je ne peux dormir qu'avec un masque de sommeil. Ich habe es noch nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es noch nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Je n'ai pas encore réussi à arrêter de fumer. Gib mir sofort mein Spielzeug zurück. Gib mir sofort mein Spielzeug zurück. Ich suche überall nach meinen Pantoffeln. Ich suche überall nach meinen Pantoffeln. Ich suche überall nach meinen Pantoffeln. Ich möchte die Ohren am Ei befestigen. Ich möchte die Ohren am Ei befestigen. Ich möchte die Ohren am Ei befestigen. Heute gibt es wieder ein lustiges Frühstück. Heute gibt es wieder ein lustiges Frühstück. Heute gibt es wieder ein lustiges Frühstück. Aujourd'hui, nous allons à nouveau prendre un petit déjeuner amusant. Das Insekt sitzt auf der Blüte. Das Insekt sitzt auf der Blüte. Das Insekt sitzt auf der Blüte. Er hat ein Herz in den Sand gemalt. Er hat ein Herz in den Sand gemalt. Der Priester steckt der Braut einen Ring an den Finger. Der Priester steckt der Braut einen Ring an den Finger. Der Junge fertigt eine Zeichnung an. Der Junge fertigt eine Zeichnung an. Hilfst du mir, den Zaun zu reparieren? Tu m'aide a reparer la clôture? Das Küken ist gestern geschlüpft. Das Küken ist gestern geschlüpft. Ich glaube, ich habe zu viel Schaum verwendet. Ich glaube, ich habe zu viel Schaum verwendet. Ich glaube, ich habe zu viel Schaum verwendet. Je crois que j'ai utilisé trop de mousse. Ich muss über das Problem nachdenken. Ich muss über das Problem nachdenken. Ich muss über das Problem nachdenken. Je dois réfléchir au problème. Mir schmeckt das Essen nicht. Mir schmeckt das Essen nicht. Mir schmeckt das Essen nicht. Ich liebe das Essen nicht. Das Kind liegt auf dem Bauch. Das Kind liegt auf dem Bauch. Wir verbringen Ostern zu Hause. Wir verbringen Ostern zu Hause. Wir verbringen Ostern. Welche Musik hörst du an Ostern? Welche Musik hörst du an Ostern? Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Le soleil brille sur mon visage. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Je dois réfléchir. Die Narzissen sind in einer weißen Vase. Die Narzissen sind in einer weißen Vase. Die Narzissen sind in einer weißen Vase. Hier kannst du bemalte Ostereier kaufen. 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 Der Marienkäfer läuft über ein Blatt. 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 Der Schmetterling ist an einer Blüte. Le Papillon est sur une fleur. Die Sonne geht über dem Meer unter. Le soleil se couche sur la mer. Die Tochter sitzt auf den Schultern ihres Vaters. Die Tochter sitzt auf den Schultern ihres Vaters. Die Tochter sitzt auf den Schultern ihres Vaters. La fille est assise sur les épaules de son père. Ich habe Blumen mitgebracht. Ich habe Blumen mitgebracht. J'ai apporté des fleurs. Ich schaue mir einen Film auf meinem Smartphone an. Ich schaue mir einen Film auf meinem Smartphone an. Ich schaue mir einen Film auf meinem Smartphone an. Ich dekoriere den Kuchen mit meiner Schwester. Ich dekoriere den Kuchen mit meiner Schwester. Ich dekoriere den Kuchen mit meiner Schwester. Das Möbelhaus liefert die Stühle erst morgen. Das Möbelhaus liefert die Stühle erst morgen. Das Möbelhaus liefert die Stühle erst morgen. Le magasin de meubles ne livrera les chaises que demain. Wir sprechen regelmäßig mit unserer Oma in Australien. Wir sprechen regelmäßig mit unserer Oma in Australien. Wir sprechen regelmäßig mit unserer Oma in Australien. Ich nehme einen Löffel Honig aus dem Glas. Ich nehme einen Löffel Honig aus dem Glas. Ich nehme einen Löffel Honig aus dem Glas. Je prends une Cuillère de Miel dans le pot. Diese Kakteen blühen in Arizona. Diese Kakteen blühen in Arizona. Diese Kakteen blühen in Arizona. Der Schmetterling fliegt durch den Wald. 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 In diesem Hofladen kaufen wir Obst und Gemüse. 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 Der Junge schaut aus dem Fenster. Der Junge schaut aus dem Fenster. Der Junge schaut aus dem Fenster. Bitte störe mich nicht. Ich bin in einer Konferenz mit meinen Kollegen. Bitte störe mich nicht. Ich bin in einer Konferenz mit meinen Kollegen. S'il te plaît, ne me dérange pas. Je suis en réunion avec mes collègues. Ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Je pense que nous allons dans la mauvaise direction. Ich beginne eine neue Seite in meinem Tagebuch. Ich beginne eine neue Seite in meinem Tagebuch. Wir spielen mit einem neuen Holzspielzeug. 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 Jetzt geht er um die Ecke. Maintenant, il fait le tour. Die Verspannung ist in meinem linken Schulterblatt. Die Verspannung ist in meinem linken Schulterblatt. L'attention est dans mon homoplate gauche. Zwei Bratwürste liegen für dich bereit. Zwei Bratwürste liegen für dich bereit. Zwei Bratwürste liegen für dich bereit. Möchtest du Schlagsahne auf deinem Kuchen? Möchtest du Schlagsahne auf deinem Kuchen? Möchtest du Schlagsahne auf deinem Kuchen? Tu veux de la crème fouettée sur ton gâteau? Bitte räume das Geschirr aus der Spülmaschine. Bitte räume das Geschirr aus der Spülmaschine. Bitte räume das Geschirr aus der Spülmaschine. Merci de sortir la Vaisselle du Lavevaisselle. Mama spült ein Glas unter fließendem Wasser aus. 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 Das Eichhörnchen schaut aus einer Baumhöhle heraus. Das Eichhörnchen schaut aus einer Baumhöhle heraus. L'Eichhörnchen schaut aus einer Baumhöhle heraus. Auf der Weide sind mehrere Schafe. Auf der Weide sind mehrere Schafe. Il y a plusieurs Moutons dans le Paturage. Das Mädchen läuft barfuß durch das Wasser. La jeune fille marche pieds nu dans l'eau. Peter hat mir einen Witz erzählt. Peter hat mir einen Witz erzählt. Peter me raconte une blague. Mitten im Wald steht ein alter Turm. Mitten im Wald steht ein alter Turm. Au milieu de la forêt se trouve une vieille tour. Die Freunde sitzen im Restaurant und stoßen miteinander an. Die Freunde sitzen im Restaurant und stoßen miteinander an. Die Freunde sitzen im Restaurant und trinken ensemble. Eine kleine Brücke führt über den Teich. Eine kleine Brücke führt über den Teich. Eine kleine Brücke führt über den Teich. Un petit pont permet de traverser les temps. Ein Frosch sitzt auf einem Pilz. Ein Frosch sitzt auf einem Pilz. Ich trage einen großen Ring an meinem Mittelfinger. 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 Hast du die gekochten Eier halbiert? Hast du die gekochten Eier halbiert? Hast du die gekochten Eier halbiert? Du hast die gekochten Eier halbiert? Der Tourist steht mitten im Amphitheater. Der Tourist steht mitten im Amphitheater. Le Touriste se trouve au milieu de l'Amphitheatre. Im Eier-Karton befinden sich 5 braune und 5 weiße Eier. Im Eier-Karton befinden sich 5 braune und 5 weiße Eier. Im Eier-Karton befinden sich 5 braune und 5 weiße Eier. Die Radiosendung beginnt in wenigen Sekunden. 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 Der Wissenschaftler führt ein Experiment mit einer blauen Flüssigkeit durch. Der Wissenschaftler führt ein Experiment mit einer blauen Flüssigkeit durch. Der Wissenschaftler führt ein Experiment mit einer blauen Flüssigkeit durch. Die Buntstifte haben unterschiedliche Farben. Die Buntstifte haben unterschiedliche Farben. Die Frau trinkt Kaffee. Sie trägt ein weißes Kleid mit schwarzen Punkten. Die Frau trinkt Kaffee. Sie trägt ein weißes Kleid mit schwarzen Punkten. Die Frau trinkt Kaffee. Sie trägt eine blaue Blanche mit schwarzen Punkten. Die Frau trinkt Kaffee. Sie trägt sechs Pizzen mit unterschiedlichem Belag. Ich habe sechs Pizzen mit unterschiedlichem Belag gemacht. Ich habe sechs Pizzen mit unterschiedlichem Belag gemacht. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen. Das wird dich auch interessieren. Es war sehr lecker. Es war sehr lecker. C'était délicieux. Auf einem Ast sitzen zwei Frösche. Auf einem Ast sitzen zwei Frösche. Deux Grenouilles sont assises sur une branche. Eine Frau mit weißer Bluse geht den Hang hinunter. Eine Frau mit weißer Bluse geht den Hang hinunter. Eine Frau mit weißer Bluse geht den Hang hinunter. Bitte bestelle mir einen Burger mit Salat. 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 Der Rasen wurde nicht gemäht. Niemand sitzt auf der Schaukel. Der Rasen wurde nicht gemäht. Niemand sitzt auf der Schaukel. Der Rasen wurde nicht gemäht. Der Rasen wurde nicht gemäht. Niemand sitzt auf der Schaukel. La pelouse n'a pas été tendu. Personne n'est assis sur la balançoire. Die Katze hat sich eingerollt und schläft. Die Katze hat sich eingerollt und schläft. Le Chat s'est roulé en boulet d'or. Die Affenmutter trägt ihr Baby auf dem Rücken. La mère singe porte son bébé sur son dos. Ich kann das Geschirr selbst spülen. Ich kann das Geschirr selbst spülen. Je peux faire la vaisselle moi-même. Der Verkäufer schneidet das Fleisch vom Drehspieß. 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 Dies sind die Farben der Ukraine mit einem Herzen in der Mitte. Dies sind die Farben der Ukraine mit einem Herzen in der Mitte. Dies sind die Farben der Ukraine mit einem Herzen in der Mitte. Das sind die Farben der Ukraine mit einem Herzen in der Mitte. Der Arbeiter überprüft das Rohr von innen. Der Arbeiter überprüft das Rohr von innen. Der Arbeiter überprüft das Rohr von innen. L'Ouvrier verifie l'intérieur du Tuillot. Die Mutter trocknet die Haare ihrer Tochter mit einem Föhn. Die Mutter trocknet die Haare ihrer Tochter mit einem Föhn. Die Mutter trocknet die Haare ihrer Tochter mit einem Föhn. La mère sèche les cheveux de sa fille avec un sèche-cheveux. Die Mutter trocknet die Haare ihrer Tochter mit einem Föhn. Der Hund ist warm angezogen. Der Hund ist warm angezogen. Der Hund ist warm angezogen. Nachts waren wir am Colosseum in Rom. Nachts waren wir am Colosseum in Rom. Das Seil hängt über der Reling des Schiffes. Das Seil hängt über der Reling des Schiffes. Das Seil hängt über der Reling des Schiffes. La corde est suspendue au-dessus du bastingage du bateau. Sammelst du Briefmarken? Sammelst du Briefmarken? Sammelst du Briefmarken? Tu collectionnes les timbres? Ich muss den Hut festhalten, sonst fliegt er weg. Ich muss den Hut festhalten, sonst fliegt er weg. Je dois tenir le chapeau, sinon ils s'envolent. Jakob hat mir einen Verlobungsring geschenkt. Jakob m'a offert un bac de fiançailles. Auf dem Bahnhof ist nichts los. Il ne se passe rien à la guerre. Ich trage den Ball zum Spielplatz. Ich trage den Ball zum Spielplatz. Ich trage den Ball zum Spielplatz. Je porte la ball jusqu'au terrain de jeu. Sie dippt das Fleisch in die Sauce. Sie dippt das Fleisch in die Sauce. Elle trompe la viande dans la sauce. Mutter und Tochter pflücken Mohnblumen auf dem Feld. Mutter und Tochter pflücken Mohnblumen auf dem Feld. Une mère et sa fille cueillent des Coquelicots dans un champ. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. La femme fait cuire un œuf au plat dans une poêle jaune. Der Hund läuft direkt auf mich zu. Der Hund läuft direkt auf mich zu. Le chien court droit vers moi. Im Sommer sind wir mit der ganzen Familie am Strand. Im Sommer sind wir mit der ganzen Familie am Strand. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria pose la casserole de pâte sur la cuisinière a gaz. Meine Oma backt Kartoffeln mit Kräutern im Ofen. Meine Oma backt Kartoffeln mit Kräutern im Ofen. Ma grand-mère fait cuire des pommes de terre au four avec des Herbes. Die Arbeiter haben ein Gerüst aufgebaut. Die Arbeiter haben ein Gerüst aufgebaut. Ich gebe noch etwas Parmesan in die Pfanne. Ich gebe noch etwas Parmesan in die Pfanne. J'ajoute un peu de Parmesan dans la poêle. Hilfst du mir, die Pflanze umzutopfen? Hilfst du mir, die Pflanze umzutopfen? Tu m'aides à rempoter la plante? Der Hund hat seine Pfoten auf dem Tisch. Der Hund hat seine Pfoten auf dem Tisch. Le chien allait pas sur la table. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Die beiden Tiere sind bereit für den Kampf. Les deux animaux sont prêts à se battre. Du brauchst keine Angst vor dem Wasser zu haben. N'ai pas peur de l'eau. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. Nous avons préparé la table pour Pâques. Bringe mir bitte die Flasche Milch aus der Küche. Bringe mir bitte die Flasche Milch aus der Küche. Bringe mir die Flasche Milch aus der Küche, s'il te plaît. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. In unserem Dorf gibt es ein neues Windrad. In unserem Dorf gibt es ein neues Windrad. In unserem Dorf gibt es ein neues Windrad. Il y a une nouvelle éolienne dans notre village. Das Alpaka schaut über den Zaun. Das Alpaka schaut über den Zaun. La Alpaka regarde par dessus la Clôture. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Je ne sors pas de chez moi sans mes Lunettes de Soleil et ma Puppe. Ich kann dir dieses Essen wirklich empfehlen. Ich kann dir dieses Essen wirklich empfehlen. Je te recommande vraiment ce repas. Natürlich weiß ich, wie man ein Messer benutzt. Natürlich weiß ich, wie man ein Messer benutzt. Ich schneide die Butter in mehrere gleiche Stücke. Ich schneide die Butter in mehrere gleiche Stücke. Je coupe le beurre en plusieurs morceaux égaux. Mein kleiner Bruder geht ab morgen zur Schule. Mein kleiner Bruder geht ab morgen zur Schule. Mon petit frère va à l'école à partir de demain. Meine Tochter und ich backen zusammen einen Kuchen. Meine Tochter und ich backen zusammen einen Kuchen. Ma fille et moi préparons un gâteau ensemble. Mein Vater hat sich wieder einen neuen Grill gekauft. Mein Vater hat sich wieder einen neuen Grill gekauft. Ich glaube, das Wasser ist zu kalt zum Schwimmen. Ich glaube, das Wasser ist zu kalt zum Schwimmen. Ich denke, das Wasser ist zu kalt zum Schwimmen. Du kannst mich gerne auf dem Weg begleiten. Du kannst mich gerne auf dem Weg begleiten. Du kannst mich gerne auf dem Weg begleiten. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht. Ich trinke meinen Kaffee in einem Café am Bahnhof. Ich trinke meinen Kaffee in einem Café am Bahnhof. Ich trinke meinen Kaffee in einem Café am Bahnhof. Ich trinke meinen Kaffee in einem Café am Bahnhof. Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Ich habe im Wald noch einen weiteren Ast gefunden. J'ai trouvé une autre branche dans la forêt. Du musst das Klavierstück noch ein wenig üben. Il faut que tu t'entraînes un peu plus sur le morceau de piano. Du brauchst keine Angst vor den Vögeln zu haben. Il ne faut pas avoir peur des oiseaux. Heute ist mein erster Tag am Klavier. Heute ist mein erster Tag am Klavier. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de piano. Ich warte seit 30 Minuten auf meinen Freund. Ich warte seit 30 Minuten auf meinen Freund. J'attends mon ami depuis 30 Minuten. Ich warte auf den Osterhasen. Ich warte auf den Osterhasen. J'attends le Lapin de Pâques. Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Warum läufst du durch die Blumen? 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 Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Jede Woche kaufen wir Tiefkühlgemüse und braten es in einer Pfanne an. Manchmal verwenden wir auch Tiefkühlgemüse in einer Suppe. Manchmal verwenden wir auch Tiefkühlgemüse in einer Suppe. Manchmal verwenden wir auch Tiefkühlgemüse in einer Suppe. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Heute habe ich meine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Heute habe ich meine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Heute habe ich mein dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Die Injektion tut nicht weh. 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 Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholungspause. Die Injektion tut mir das Problem. Die Injektion tut nicht weh. Ich brauche eine Erholungspause. Die Injektion tut nicht weh. Ich brauche eine Erholungsphase telefonisch. Die Injektion tut eine Erholungsphase. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Zum Nachttisch gibt es Joghurt mit Früchten. En dessert, il y a du Yaourt avec des fruits. Ich schreibe eine Einkaufsliste für morgen. Je fais une liste de courses pour demain. Ich habe die richtige Software gefunden. Ich habe die richtige Software gefunden. J'ai trouvé le beau logiciel. Die Frau schaut von außen durch das Fenster in den Raum. Die Frau schaut von außen durch das Fenster in den Raum. La femme regarde de l'extérieur par la fenêtre dans la pièce. Ich bin Tischler. Ich arbeite in einer Tischlerei. Ich bin Tischler. Ich arbeite in einer Tischlerei. Je suis menuisier. Je travaille dans un atelier de menuiserie. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Je vérifie que le morceau de bois a un angle droit. Ich arbeite mit einem Handhobel. Ich arbeite mit einem Handhobel. Je travaille avec un rabot manuel. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. J'ai mal au dos. Ich brauche Asthmaspray. Ich brauche Asthmaspray. Ich brauche Asthmaspray. J'ai besoin d'un spray contre l'asme. Ich habe mein Handy auf dem Tisch vergessen. Ich habe mein Handy auf dem Tisch vergessen. J'ai laissé mon téléphone sur la table. Wir sehen uns am Riesenrad. 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 Heute ist mein letzter Ferientag. Morgen fängt die Schule wieder an. Heute ist mein letzter Ferientag. Morgen fängt die Schule wieder an. C'est mon dernier jour de vacances. Demain, l'école reprendra. Möchtest du eine Kirsche haben? Möchtest du eine Kirsche haben? Möchtest du eine Kirsche haben? Tu veux une cerise? Hier kaufe ich immer meine Blumen. Hier kaufe ich immer meine Blumen. C'est toujours ici que j'achète mes fleurs. Ein weißes Pferd ist seltener als ein braunes Pferd. Un cheval blanc est plus rare qu'un cheval brun. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Heute gibt es einen Schokoladenkuchen. 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 Ich trainiere mit meinem Pferd. Ich trainiere mit meinem Pferd. Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Je coupe un concombre serpent en tranche. Die Hühner sind bei schönem Wetter immer im Freien. Die Hühner sind bei schönem Wetter immer im Freien. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Meine Hände sind voller Mehl. Meine Hände sind voller Mehl. J'ai les mains pleines de Farine. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Je suis sur le point de me lécher le doigt. Ich esse eine ganze Tafel Schokolade. Ich esse eine ganze Tafel Schokolade. Je mange une tablette de chocolat entière. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Le Chat est assis à la fenêtre et regarde la rue. Im Sommer vermiete ich Sonnenliegen am Strand. Im Sommer vermiete ich Sonnenliegen am Strand. Ein Schmetterling sitzt auf meiner Fingerspitze. Ein Schmetterling sitzt auf meiner Fingerspitze. Un Papillon est posé sur le bout de mon doigt. Diese Frau hat grüne Fingernägel. Diese Frau hat grüne Fingernägel. Diese Frau hat grüne Fingernägel. Die Katze schaut auf das Kinderspielzeug. Die Katze schaut auf das Kinderspielzeug. Le Chat regarde le jouet de l'enfant. Der Hirsch trägt ein schönes Geweih. Der Hirsch trägt ein schönes Geweih. Der Hirsch trägt ein schönes Geweih. Le Serre porte de Beaubois. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann gibt es noch weitere Videos für dich veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020